Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Zell Gajic und ich werde heute mit Ihnen teilen, zwei riesige Gründe, warum jeder braucht manche von unseren Luftreinigungsgeräten Therapier Ion oder Therapier Smart oder eine von unseren MyIon-Geräten. Zum Ersten, Luftverschmutzung ist ein globales Problem. In den letzten 15 Jahren hat sich die Luftverschmutzung bewiesen, das verkürzt das Lebensdauer und verschlechtert das unsere Lebensqualität. In Innenräumen ist die Luftverschmutzung bis zu 100 Mal mehr als die Luft in Freien. Und wie können wir uns beschützen? Mit unserer Geräte Therapier Ion. Zum Beispiel, das ist das einzige Fünf-Filter-System mit elektrostatischen Feuerfiltern, antialergischen Filtern, HEPA-Filtern, Aktivkohle-Filtern und antibakteriellen Filtern. Saubere Luft, die verschmutzte Luft, geht durch Fünf-Filter und endet in Negativ-Ionen-Generator, welche erzeugt bis zu einer Million Negativ-Ionen pro Kubikzentimeter. Negative Ionen sind Luftvitamine, die sind ganz, ganz wichtig für unsere Gesundheit, Lebensqualität und unsere Lebensdauer. Auch die gleiche ist mit unserer Therapier Smart. Drei-Filter-System, welche erzeugt bis zu fünf Millionen Negativ-Ionen pro Kubikzentimeter. 360 Kubikmeter Bearbeitung in einer Stunde mit Therapier Smart, 324 mit Therapier Ion. So, warum brauchen wir MyION Z-Pro? MyION Z-Pro kann man überall mit uns tragen und MyION Z-Pro entfernt 100% Feinstaub. PM2,5 und PM10. Und generiert 20 Millionen negative Ionen, welche sich verbunden mit Viren, Bakterien und auf diese Weise, die beschützen unsere Gesundheit. Kommen Sie, probieren Sie und vergleichen Sie. Wir werden mit Ihnen unsere Erfahrungen geteilt. Die Geräte sind ganz, ganz kostgünstig, weniger Stromverbrauch. Grundsätzlich kostet sie viel mehr, nichts zu verwenden, denn zu verwenden, verlängt Ihre Lebensdauer, verbessert Ihre Lebensqualität. Sie sind jederzeit willkommen. Besuchen Sie uns im Lugner City Shopping Center Zeptershop. Vielen herzlichen Dank.